Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Kontrolle über ihre Steine, als Hoftler, anzunehmen bei Kriegserin Reka Grimax auf der Insel des Verbanden an dieser Position. 4Quest war genau vor ihren Nasen. Solltet ihr weitere Fragen haben zu 4Quests oder Folgequests, schaut bitte in die Videobeschreibung. Da verlinke ich euch mehrere Videos, wo ich die komplette Insel des Verbanden am Stück aufgenommen habe, also vom Einloggen, bis man den Erfolg bekommt. Denkt mal, das wird euch helfen. Falls ihr mir ein bisschen helfen wollt, wäre es ziemlich cool, wenn ihr euren Adblocker ausschalten würdet, am besten noch bevor ihr meine Videos anklickt. Dann werde ich ein bisschen unterstützt von YouTube durch geringe Werbeeinnahmen. Ich hoffe, ihr gönnt mir das. Denn ich investiere es in bessere Hardware und eigentlich alles für den YouTube-Kanal. Und dadurch würden wir uns gegenseitig unterstützen. Ich kann es aber auch verstehen, wenn ihr es nicht macht. Klar, Werbung mag keiner. So, da war der zweite Werterstein. Ich kann hier auch nochmal die Map aufmachen. Der erste war also hier. Da habe ich nicht aufgemacht, weil es gleich der erste war, also den Weg entlang rechts. Der zweite. Und jetzt geht es zum dritten Werterstein. Nennt sich Gewungswerterstein. Ich bin auch schon gleich da. Ihr dürft auch gerne Kommentare hinterlassen. Fragen stellen, Anregungen, wie auch immer. Und ja, ich weiß, mein Ton ist gerade nicht optimal. Aber die Videos sollten dennoch helfen. So, looten unbedingt. Nun heißt es, deaktiviert die Wohnen, die Quickser Donnerfuß festhalten. Man kann also auf dieser Seite zurücklaufen oder fahren. Die werden ein bisschen Abstand halten, aber ich glaube, die werden erdern. Gut. Geschafft, ohne dass sie erdern. Und gleich sollte ich bei diesen Wohnen sein. So, wo sind die? Aha. Hier sind diese drei Steine hier. UGA-Wohnenstein. So, und der zweite. Und geschafft. Danke euch, aber wir müssen noch immer das UGA-Ritual unterbinden. Quäst ist abzugeben bei Quickser Mulgwin Donnerfuß. Auf der Winsel des Verbanden an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr auch gerne mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet. und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Knopf an. Bis weiterhin findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Ich zocke. Ende. Hoffe mir das Video das Video ist Shot in der Videobeschreibung. Und dann Avivials непrä predominantly war Mansur für den Kanal.